Hi Unica! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der Elder Scrolls Online. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hat es euch gefallen? Ich will deinen Kommentar! Welchen Tod bevorzugt ihr sterblicher? Langsam und schmerzhaft oder schnell und schmerzhaft? Ich denke ich werde euch schnell töten, dann wieder auferstehen lassen und euch langsam töten!